Pastel-Tipp Dezember 2020 und wir sind wieder bei den Groseltern von Desiree Ottiger. Und wir gehen jetzt schauen, was im Türchen 16 drin ist. Oh, schaut mal das an. Da ist ja ein Foto von Samy und Desiree Ottiger. Und wir können da im 16 ein wunderschönes Andenken, wo sicher das Grosse dann aufstellen, irgendwo in der Stube oder so. Also, was morgen drin ist, das sehen wir morgen.